In diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen zum Thema Gedächtnis im Zusammenhang mit der Psychologie besprochen. Es können drei Phasen des Gedächtnisprozesses unterschieden werden. Erstens die Phase der Enkodierung dient der Aufbereitung des physikalischen Inputs, wie beispielsweise der von Schallwellen und letztlich deren Umwandlung in nutzbare Informationen. Zweitens die Phase der Speicherung dient der längerfristigen Abrufbarkeit der Information. Und drittens die Phase des Abrufes ermöglicht den Zugriff auf die gespeicherten Informationen. Das Gedächtnis kann in allen oder einzelnen der hier beschriebenen Phasen versagen beziehungsweise gestört werden. Beispielsweise kann dies der Fall sein bei Zeugen, die vor Gericht Aussagen und deren Erinnerungen fehlerhaft sind. Im Zusammenhang mit der Dauer der Speicherung von Gedächtnisinhalten kann auf das sogenannte Drei-Speichermodell verwiesen werden. Als erstes das sensorische Gedächtnis. Eine der Hauptaufgaben des sensorischen Gedächtnisses ist die Aufnahme von Informationen über die Sinnesorgane. Die Speicherungsdauer ist flüchtig, weniger als eine Sekunde. Das Gehirn lenkt die Aufmerksamkeit auf Inhalte des sensorischen Gedächtnisses und legt damit fest, welche Informationen in das Kurzzeitgedächtnis gelangen. Dort erst werden diese dann den Menschen bewusst. Zweitens das Kurzzeitgedächtnis. Diese Informationen sind bewusst und damit auch leicht zugänglich. Die Speicherungsdauer beträgt einige Sekunden. Um eine längerfristige Speicherung zu ermöglichen, ist eine Überleitung der Informationen in das Langzeitgedächtnis notwendig. Bedingungen hierfür sind unter anderem im Zusammenhang mit dem Lernen, die Wiederholung und die aktive Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Nun drittens zum Langzeitgedächtnis. Die Speicherungsdauer des Langzeitgedächtnisses erstreckt sich unter gewissen Umständen von kurzer Dauer bis hin zu vielen Jahren. Die Inhalte des Langzeitgedächtnisses werden in unterschiedlichen Teilen des Gehirns gespeichert. Es gibt unterschiedliche Gedächtnissysteme für unterschiedliche, also diverse Inhalte, wie beispielsweise Fähigkeiten und Bezeichnungen. Es können im Hinblick auf die Form der Erinnerung zwei Formen des Gedächtnisses unterschieden werden. Da wäre das explizite Gedächtnis. Man bezeichnet mit dem expliziten Gedächtnis bewusste Erinnerungen an etwas Bestimmtes, wie beispielsweise ein gewisser Ort und Zeitpunkt. Man versteht unter dem impliziten Gedächtnis folgendes, man bezeichnet damit unbewusste Erinnerungen, wie beispielsweise die Fertigkeit des Ballwerfens.